Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Gamer oder ein Live-Streamer sind oder einfach nur Ihre Fähigkeiten verbessern möchten, es gibt brillante Gadgets für alle, die das Gaming ernst nehmen wollen. Vom Profi-Mikrofon bis zum Headset, das sich mit den meisten Plattformen verbinden lässt. Diese Produkte helfen dir, ein einzigartiger Gamer zu werden und sie sind von höchster Qualität. Sehen Sie sich die besten Optionen in unserer Liste der 9 besten Gaming-Gadgets an. Dieses Gadget funktioniert auf mehreren Plattformen, von Ihrem Mac bis zu Ihrer PS5 und garantiert so eine beachtliche Vielseitigkeit. Es bietet eine kabellose USB- oder Bluetooth-Verbindung und funktioniert auf Ihrem PC, Mac, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X. Es hat ein flexibles Design mit einem aufklappbaren Mikrofon und einem verstellbaren Kopfband, um ultimativen Komfort zu gewährleisten. Mit mehr als 40 Stunden Akkulaufzeit und einer bequemen Passform ist es definitiv für Spieler gedacht, die sich immer verbessern wollen. Als dieser Artikel verfasst wurde, lag der Preis für dieses kabellose Headset bei etwa 200 US-Dollar. Das MSI Aegis RS ist ein Gaming-Desktop, der hohe Leistung und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Er ist mit einem Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation, 16 GB DDR4 RAM und einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte ausgestattet. Das Computer enthält außerdem eine 1 TB M.2 SSD und eine 2 TB Festplatte als Speicher. Das Aegis RS verfügt über ein einzigartiges Design mit einer transparenten Seitenwand, die die internen Komponenten und die anpassbare RGB-Beleuchtung sichtbar macht. Auf der Vorderseite des Systems befindet sich eine LED-Leiste, die das MSI-Drachen-Logo beleuchtet und für einen eleganten Look sorgt. In Bezug auf die Konnektivität bietet das Aegis RS eine breite Palette an Optionen, darunter USB 3.2, USB-C und HDMI-Anschlüsse. Außerdem verfügt es über ein Wi-Fi 6-Modul für kabellose Konnektivität. Der Desktop wird mit der MSI Dragon Center Software geliefert, mit dem Benutzer die Systemeinstellungen steuern und die Leistung überwachen können. Darüber hinaus enthält die Software die Mystic Light App, mit der Nutzer die RGB-Beleuchtung für ein individuelles Gaming-Setup einfach anpassen können. Dieses Tablet ist sehr leistungsstark und Sie können Ihre Spiele überall mit seinem verstellbaren Kickstand und der abnehmbaren Tastatur genießen. Es wurde speziell für Spiele entwickelt und verfügt über eine 1.4 Core i9 CPU der 12. Generation, mit der Sie sich jederzeit gegen Ihre Konkurrenz durchsetzen können. Das ASUS ROG Float Z13 Gaming Tablet ist ultraportabel und verfügt über einen Kickstand, der sich bis zu 170 Grad öffnen lässt. Es unterstützt außerdem mehrere Eingabearten, was es zu einem der besten Gadgets für ernsthafte Gamer macht. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lag der Preis des ASUS ROG Float Z13 Gaming Tablets bei rund 1.800 US-Dollar. Dieser Monitor lässt Sie in neue Welten eintauchen, mit hervorragenden Farben und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 175 Hertz. Mit diesem Monitor können Sie Ihre PC-Spiele auf ein höheres Niveau bringen. Er bietet nicht nur eine große Bildschirmfläche, sondern auch eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 175 Hertz, die Ihnen flüssigere Bilder und sich schnell bewegende Grafiken in atemberaubenden Details liefert. Darüber hinaus ist der Kreativmodus für Spieleentwickler hervorragend geeignet. Als dieser Artikel verfasst wurde, lag der Preis des Dell Alienware 34 Corvid QD OLED Monitors bei rund 1.300 US-Dollar. Diese Maus ist mit ihrem leichten, ergonomischen und vielseitigen Design ideal für MOBS und MMOS. Wenn Sie es mit dem Spielen wirklich ernst meinen, wissen Sie bereits, dass eine gewöhnliche Maus nicht ausreicht. Entscheiden Sie sich daher für diese Option, die mit einem 18-Tasten-Layout und einem 12-Tasten-Seitenfeld ausgestattet ist, um Ihnen schnellen Zugriff auf Makros und Befehle zu ermöglichen. Außerdem ist sie nach IP54 gegen Wasser, Schmutz, Staub und so weiter geschützt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lag der Preis der Stilserie Aerox 9 Wireless Gaming Mouse bei 113 Dollar. Das Hore-Rennlenkrad wurde für PC und Xbox entwickelt und ist perfekt für alle, die gerne Rennen und Open-World-Spiele spielen. Dieses Racing Wheel ist mit einem Depart- und Paddle-Tasten ausgestattet und verfügt über einen Trustmaster-Doppelgurt-Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Spieler immer das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben. Das Racing Wheel verfügt außerdem über einen großen Pedalsatz, der für realistischen Widerstand sorgt und den Spielspaß erhöht. Es ist außerdem mit fast jedem Schreibtisch oder Tisch kompatibel, an dem Sie es befestigen möchten. Der Roland Bridge Cast liefert professionelle Sound für Live-Streams. Verbessern Sie die Audioqualität Ihrer Online-Spiele mit dem Roland Bridge Cast. Dieser Desktop-Hoop verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie sich von der Konkurrenz abheben können. Sie können Ihren Sound mit einem dynamischen Mikrofon oder einem Kondensatormikrofon in Broadcast-Qualität verstärken. Außerdem erhalten Sie einen hochwertigen XLR-Mikrofonvorverstärker für klaren Sound. Der Dell Alienware Concept Nix ist ein innovativer Gaming-Controller, der speziell für die Verwendung mit Gaming-Laptops entwickelt wurde. Er wurde als Konzeptgerät vorgestellt und zeigt die Vision von Dell für einen leistungsstarken Gaming-Controller, der das Spielerlebnis auf Laptops verbessern kann. Es wird erwartet, dass der Concept Nix ein einzigartiges Design und fortschrittliche Funktionen bietet, darunter anpassbare Tasten, hochpräzise Bedienelemente und haptisches Feedback. Das endgültige Design und die technischen Daten des NYX wurden von Dell noch nicht offiziell bekannt gegeben. Es wird jedoch erwartet, dass es Laptop-Gammern eine neue Ebene der Spielkontrolle und Immersion bietet. Obwohl sich der NYX noch in der Konzeptphase befindet, hat er bereits für viel Aufregung unter Spielern und Technikbegeisterten gesorgt, die mit Spannung auf seine offizielle Veröffentlichung warten. Das Sony-Projekt Leonardo bietet anpassbare Spieloptionen. Es beseitigt Barrieren beim Spielen. Seine zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten helfen Benutzern mit Behinderungen, einfach und bequem über längere Zeiträume zu spielen. In Zusammenarbeit mit Experten für Barrierefreiheit von Organisationen wie Stack-Up, Special Effect und Ebel Gamma hat Sony diesen Controller so entwickelt, dass er mit Zubehör von Drittanbietern für Barrierefreiheit funktioniert. Sony-Projekt Leonardo bietet ein beispielloses Maß an Anpassungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, mit dem Ziel, Gaming zu einem barrierefreien Erlebnis für alle zu machen. Abonnieren Sie meine Videos und lassen Sie sich benachrichtigen, damit Sie keine weiteren Videos mit Technik und Gadget-Tests mehr verpassen. Sehen Sie sich diese Liste mit meinen 10 besten Videos an und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Pass auf!